Musik Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch. Heute ist McCree an der Reihe und ja, den coolen Van Helsing Skin. Im letzten Video haben wir ja Moira gemacht. Also das war eigentlich außerplanmäßig, haben wir Moira gemacht. Eigentlich war es Symmetra die letzte Liebe gemacht haben. Schauen wir mal. McCree heute. McCree kann ich malen, mal kann ich ihn nicht. Ist halt so eine spitzig warm, spitzig nicht warm Phase. Oh lol. Okay. Heute kann ich ihn anscheinend so halbmäßig gut. Was? Halbmäßig gut? Ist das ein Wort, das man so benutzen kann? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall nehmen wir den Punkt ein. Der Kill an Ana war teils lucky, teils gekonnt. Gucken wir mal. Alle laufen rum wie sie wollen. Quick Play. Läuft bei uns. Die haben Lever ohne Ende. Den Genji haben wir nur mal ins Bein geschossen. Oh, come on. Oh, warte. Ich muss hier weg. Da ist ein Affe. Oh, können wir das bitte? Danke. Ich brauche Heilung. Kriegst du den? Ne. Wo ist er hingesprungen? Verdammt. Wieso haltet ihr mich nicht voll? Rota kann sich selbst heilen. Da hätte sie sich nicht hingemusst. Jetzt kommt McCree. Nein, kommt er noch nicht. Weil die gehen alle zurück. Das heißt... Kommt von hier. Oh Gott. Haben die eine Widow? Ja. Ich sehe nichts, Rota. Vielen Dank. Ich habe sie dreimal gehittet, aber ich habe nichts gesehen. War gut... geschätzt. Okay. Da ist ein Affe. Oh, dein Ernst? Nein. So. Ich habe meine... Ult. Da muss ich aufpassen. Wenn der besser aimt als ich, habe ich halt ein Problem. Ich treffe gut. Ah, verdammt. Muss wir eben heilen gehen. Ah, ne. Ich bin voll. Oh, wir haben eine gute Mercy. Der hat mich mal eben so geheilt. Gute Mercy. Gut. Ne, ne. Tommy Tomato. Lassen wir das mal. Oh, shit. Oh, shit. Wir verlieren den Punkt gerade. Verlieren den Punkt gerade. Relativ uncool. Nice one. Wo ist der Affe eigentlich? Haha, der Affe hat verkackt. So, sehr gute Runde. Sehr gute Runde. Oh, Sharan war der Affe. Guck mal, dass die dann immer sofort auch liefen, wenn sie verlieren. Was ist das? Was ist das? Das wird immer schlimmer. Ja, es ist kacke, wenn man mal verliert. Mein Gott. Ich bin aber auch froh, mal zu gewinnen. Ich kann nicht immer nur für euch verlieren. So. Wir haben relativ. Oh, ja. Ich bin stolz auf meine McRee-Leistung. Natürlich geht's immer besser, ne. Gibt dann immer Leute so von wegen, ne, du warst gar nicht gut. Aber wenn ich finde, ich hab eine gute Leistung dargeboten. Für meine Verhältnisse war das gut. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. So. So, ich bin mal gespannt, wie wir uns hier auf der Map schlagen. Ich hab nicht die meisten Kills. Aber ich hab Gold-Damage. Wie auch immer. Weil ich immer einen guten Hit setze, glaub ich. McQueen macht ja Bock. Muss man ja mal sagen. Sagt er ja und dann haut er voll daneben. Lol. Als ob. Oh, oh. Uncool. Warum kommt denn da auf einmal ein Schweinchen lang? Oh, lol. Die Mercy so. Lasst mich in Ruhe. Ich muss mal ganz kurz weg. Wir kriegen den Punkt. Das ist sehr gut, weil die gerade alle in dem Gang waren. Oh, da ist ein Medikit? Das wusste ich gar nicht. Fuck off, sagt der Mars. Das sind immer die Besten. Nice one. Oh, nein. Er hat mich echt noch gedingst. Nice. Nice. Danke, Mars. Haben wir gut zusammengearbeitet. So ein Schweinchen sollte man eigentlich gut treffen können, ne? Oder so ein Lucio, der vor der Nase rumtanzt. So, geht doch. Oh Gott. Und dann noch der Zen. Oh. Der Mars ist so einer, der flennt mehr im Chat, als er spielt. Weißt du? Das sind immer die Besten. Tommy Tomato, Alter. Dann geht er ab. Macht hier voll Terror. Mars muss auch spielen. Das gibt's nicht. Als ob er den Hook trifft. Weil ich weiß ja, wie Roadtog... Oh. Roadtog Hooks so ungefähr funktionieren. Aber was der Roadtog da macht, das geht ja gar nicht. Tommy Tomato, geh mal weg. Ich krieg... Ich triff diesen Junkwett nicht. Danke. So. Marquise machen ihre Ulti immer... Oh, der Zen fliegt. Der war nice. So, nicht mein Freund. Okay, das war dumm, dass die Mercy zu mir geflogen ist. Aber ich hab den Genji outplayed. Dachte er, der könnte reflecten. Du wirst so sterben, Genji. Du wirst so sterben. Sag ich doch. Dann kommt immer so eine doofe Junkwett-Mine. Leute, das kann ich angehen. Wir haben so gut gespielt. Lass das. So. Granada. Oh, ich hab ihn fast gehabt. Der hat nicht mehr viel. Ich hab ihm noch einen Headshot gegeben. Die haben aber alle nachgelassen. Auf einmal hab ich Silberkills. Ich hatte in der ersten Runde keine Medaille. Die haben alle nachgelassen. Alle. Inklusive mir. Die Runde lief nicht so gut wie die erste. Ach komm, ich krieg's irgendwann... Irgendwann krieg ich den Punkt noch raus. Es gibt da eine Regel für. Irgendwie müsste der Cursor dann irgendwie mit der unteren Linie... Aber dann genau welche Höhe, weiß ich nicht. Ach, das... Das passt ja fast. Ich ticke immer auf den Ring. Ich muss nur die richtige Höhe noch finden. Lieber Mars. Jetzt schreibst du wenig in den Chat, ja? Und bist mal effektiv. Danke. Okay. So. Let's go. Ich tue erste schon Damage. Oh, der Affe hat gar nicht mehr so viel. Nice. So. Oh, das war mein Schuss. Der hätte von mir auch getroffen. Ich war voll drauf. Oh, Genji. Ich treff nicht. Au. Oh, jetzt haben die... Ah, ne. Die Widow haben sie ja schon die ganze Zeit. Aber die siehst du halt nie. Dementsprechend effektiv ist die auch bisher gewesen. Kann halt auch irgendwie nicht sein. Ich mein, ich treff ja, aber ich treff nicht gut. Ich töte die nicht. Ich verteile immer nur Damage. Damage verteilen ist eigentlich nicht vernünftig. Weil dann können die Healer sich immer schön boosten wieder. Oh, der war gut. 10 HP. Easy Game. Der kommt hier lang. Let's try. Mein Kill, Widow. Tommy Tomato. Kommt so nicht ungeschoren davon. Nein, ich musste nachladen. Tracer, da ist der Widow. Ach, come on. Come on. Kommt, da bin ich... Da hab ich sie so gut outplayed. Wenn der Genji wieder nicht gewesen wäre, ne? Kommt, die haben gar keinen Tank mehr. Das kann doch nicht sein. Was machen denn alle? Das kann doch nicht... Will doch nicht sein, dass ich hier... Irgendwie... Mouse Damage, Mouse Kills hab. Das geht doch nicht. Ich treff die nicht. Dafür hat die ein Visier, weißt du? You're so mad, Baby-Hoe. Ich kann hier auch einen Punkt. Das war nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, was hier gerade passiert. Wo ist mein Healer? Ich treff diesen Lucio nicht. Oh Gott. Und da krieg ich ihn. Haben wir noch ne Mercy? Nein. Ach, die ist gelieft. Schön. Dachte wohl, wir verlieren. Und dann lief... Ja. Schön. Genau 6000 Damage. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr keinen Schaden machen. Das ist so ne schöne gerade Zahl. Lol. Genji ist hier rechts irgendwo drin. Oh. Jetzt hab ich meine Granate gewastet. Mein Kill. Ich brauch Heilung. Hat irgendeiner Heilung? Irgendeiner? Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Oh mein Gott. Der neu reingekommen ist, sagt er auch, ein Tank wäre wichtiger. Ist auch gut. Oh, wird da so ne schöne gerade Zahl. Muss ich hier warten. Weißt du, weil wir keine Heile haben. Danke. Oh, das war dumm. Ach komm. Da trifft der mich echt noch. Aber wir haben gut aufgeholt. Komm, ich hab mal ne Ulti. Die wollen wir jetzt machen. Oh, ach so, ne. Ist Unsinn. Hat er die Genji-Ulti. Die Genji kriegt viel zu schnell seine Ulti, meiner Meinung nach. Nerf braucht der auch. Nein, ernst. Ich seh die nicht. Nein, ich hab die nicht gesehen. Oh mein, wieso hat die mich... Wieso konnte die mich up-aim, aber ich sie nicht. Oh, das war wieder dumm. Die Stunde hat geschlagen. Das war doch wieder dumm jetzt. Sie hat mich gesehen und kommt mir in Headshot... Oh, verdammt. Egal. War ne gute McQueer-Rune, die wir hatten. Der Mars, Alter. Der Mars ist so ne Person, mit der... What the fuck, ey. Das ist so ne richtige... Die spielt Overwatch nur, um salty zu sein. Und kriegt auch noch Play of the Game. Das sind die schlimmsten. Warum ist er denn nicht Roadhog geblieben, wenn's so gut lief? Er hat nicht mal die Last Hits gemacht. Hier, Mercy. Ist zwar gelieft. Ne, ist er nicht. Warum wurde... Ach. Mann, 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 Mann. Okay. War ne, von mir aus, gesehen... Gute McQueer-Runde. Ich kann mich nicht beschweren. Ich hab halbwegs gut getroffen. Hab hier zwei neue Skins. Okay. Oh, ne, ist kein Skin. Ist ein Highlight-Intro. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part von Overwatch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.